Dieses zu erwerbende vollständig renovierte Sechs-Zimmer-Mehr-Familienhaus liegt in Solingen-Gräfrath. 1930 wurde dieses Objekt erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Garagenparkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 900 Quadratmetern weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 220 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 390.000 Euro zum Verkauf. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017